Musik Reifen noch kalt? jetzt sind die leise dran Das war's. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Der ist flott, ne? Ich steh voll drauf. 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 Das war ein weißer GT3. Vorhin in der letzten Runde, die ich fahren konnte, vor der Sperrung. In Bauer rein. Diese Bremsgeräusche haben nichts zu bedeuten. Ich steh voll drauf. Ich steh voll drauf. Das war ein weißer T-Tspit. Darab soll ich dazu abschyeimos. Die Sperrung. auf die Skitze auf Diego Spannungsgeladene WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist das, was ich meine. Mit den Reifen. Jetzt sind sie warm. Aber dafür funktioniert der Karte viel, viel besser als meine. Ja, das war. Ja, das war. Ja, ich bin mehr. Aber GmbH im Auftrag des WDR... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR